Herzlich willkommen im Jubiläumsjahr 2021. Das Burgenland feiert seine 100-jährige Zugehörigkeit zu Österreich und Franz Liszt Geburtstag jährt sich zum 210. Mal. Grund genug für das Liszt Festival Breiding, sein neues Programm in Bezug zu diesen historischen Ereignissen zu setzen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch, Ihre Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz.